Herzlich Willkommen in Hoßmünden. Hoßmünden befindet sich in ungefähr einem Schnee entfernt von Hannover, liegt an der Weser und hat ungefähr über 20.000 Einwohner. So, das ist eine kleine Stadt, obwohl es in der Woche ist Tote Hose oder Hannover voller Menschen, das ist in der Stadt glaube ich, Fußgängerzone von Hoßmünden. Schönen Tag noch? Das ist die Weserbrücke. Der Fluss Weser fließt durch die Stadt Hoßmünden. So, das ist die Geschichte. So, ihr wisst euch. Das ist ein Turmhotel. Die Landschaft ist wirklich sehr schön hier. Das ist ein Turmhotel. Das ist ein Turmhotel. Das ist ein Turmhotel. Das ist ein Turmhotel. Das ist ein Turmhotel.